Hans Grohe setzt seit Jahren die Prinzwede ein. Das Preisbuch ist ein Ergebnis davon. Wir haben bei der Preisbuch eine Optimierungsrate von bis zu 80% erreicht. Das heißt, nach der Produktion können wir das eigentlich nahezu direkt verwenden. Die Prinzwede sind für mich auch sehr spannend, weil man andere Projekte kennenlernt, andere Kunden, die vergleichbare Projekte haben und dadurch immer wieder auf neue Ideen kommt. Die Prinzwede selber kann durchaus noch mal verbessert werden. Das heißt, die Usability ist noch zu optimieren, aber die eigentliche Kernfunktionen sind gegeben. Ein enges Zusammenspiel mit Werk 2, dem Dienstleister und uns als Kunden, ist in den Projekten enorm wichtig. Die Release Notes von Werk 2 sind sehr stark kundenorientiert und dementsprechend muss man sich beim Hersteller auch dafür einsetzen. Von dem her ein gelungener Tag und weiterhin so erfolgreich sein. Dankeschön.